Hi! Moin! Na? Na, was geht ab? Nicht viel bei dir? Ja, auch nicht viel. Ja, Mensch. Ja, wäre der Wahnsinn. Ich brauche Holz. Ja, dann musst du hacken gehen. Nee. Doch. Cool, wir haben ja Collegejacken. Ja. Ich klau da immer nur meistens die Farbe von. Ich mach dir meine Waffen dran. Ach lol, ich hab ja sogar eine Collegejacke. Aber die sieht man nicht durch die Militärweste. Hm. Damn. Weißt du, dass die einen Effekt hat? Seh ich jetzt erst. Die Collegejacke? Ja, du läufst 10% schneller mit der. Ach ja. Was hab ich eigentlich an? Deswegen bin ich schneller als du. Wow. Ja, okay. Ich muss sie vielleicht auch anziehen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wow. Okay. Zurück zum Thema. Ich brauch Holz. Ich hab mein Holz. Hm. Ach, ich wollte noch Wasser holen. Ich erinnere mich. Echt? Ja. Ich hab's mir sogar schon extra unten in die Leiste gelegt. Hab's trotzdem vergessen. Ist aber nicht so gut. Ne, ist halt dumm, ne? Naja, so will ich es nicht ausdrücken, aber... Naja, besonders clever war es jetzt auch nicht. Ist nicht so optimal. Jetzt ist die Zahl rot. Also ab 8 wahrscheinlich, hm? Ja. Heftig. Ja. Aber ich brauch doch Holz, ich muss da jetzt raus. Da wird schon nichts passieren. Ja, aber... Was passiert eigentlich, wenn ich... Da wird schon nichts passieren. Pam. Pam. Hm. Hm. Nix. Okay. Was hast du denn gemacht? Lass mich doch teilhaben. Äh, ich hab einen Hydranten zerstört. Hatte irgendwie die Hoffnung, dass, äh... Wasser raussprudelt. Du bist ja krass unterwegs. Der arme Hydrant. Und... Ist der etwa hydriert? Oder... Dehydriert. Weil kein Wasser rauskommt. Ah, hör doch auf. Lol. Okay. Ich hör schon auf. Ich bin... Drei Minuten allein unterwegs. Bin komplett überlastet schon. Ja. Siehst du mal, was passiert, wenn du ohne mich losgehst? Ja, ich finde ganz viel tollen Stuff. Oha, okay. Ich komm nie wieder mit. Was? Ja, siehst du, jetzt mach ich einmal einen Witz und dann ist das nicht witzig. Ja. Ich komm nach Hause. Jee. Jee. Bringst du Holz mit? Nicht wirklich. Wie viel brauchst du denn? Mh... Bisschen was. Ich hab 700 auf Tash. Ja, okay, so viel brauch ich auch nicht. Ja, was ist denn für dich ein bisschen? Ich... Wird halt hier gern das Ding zumachen, hier oben. Hm. Also, keine Ahnung. Ich brauch noch so... Pi mal Daumen so 50 Rahmenformen. Also 100 Holz. Ich nehm auch gern 500, aber es ist nur optional. Ach ja. Und 40 Eisen. Ja, die hab ich auch auf Tasche. Kroos. Eigentlich könnte ich doch bei den Fallen auch so einen Zeitschalter dran machen. Ah, wobei. Vielleicht lieber nicht. Aber ganz cool, man kann die Sachen ja sogar einstellen. Ähm... Also, die Fallen an sich kann man zum Beispiel einstellen, dass sie nicht direkt auslösen, wenn du drüberläufst. Ah, okay. Sondern erst nach ein oder zwei Sekunden. Das ist cool, ja. Oi. Oi. Hätt gern zwei Happy Meal. Und ne Apfeltasche. Gib mir die Apfeltasche. Toll, ich komm nicht dran. Okay, ich hol's selber. Miserabler-Service. Dankeschön. Weht schön. Wo ist denn jetzt dieses Kack-Nitrat-Pulver? Ich brauch das jetzt. Weiß ich nicht. Schreib ich nicht an. Ja, dann... Guck mal. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Echt jetzt? Wir werden zwar laufen. Ich find's nett. Ich bin zu blind. Das ist, weil die Kissen nicht sortiert sind. Oder hast du es vielleicht bei dir auf Tash irgendwas? Nee, nee. Ich hab das nicht. Haben wir überhaupt Nitrat? Ja, natürlich. Das ist das, was wir aus Kadavern meistens rausdupseln. Wir sind schon mal 39. Aber das war nicht alles, was wir hatten. Ja. Weiß ich's nicht. Naja. Ich hab's nicht. Ich seh's auch nicht. Hier ist Schwarzpulver. Also Schießpulver. Echt? Wo? Hier, in der rechten Kiste. Los, 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 los. Wo ist es denn jetzt hin? Oder? Hier. Nein. Aber hier ist kein Nitrat. Ist es vielleicht in der Futterkiste? Nee. Ich glaub ich schmeiß es immer da mit rein. Nicht so? Nee, okay. Puh. Keine Ahnung. Ahnung. I'm sorry. Da ist noch 107 Stück. Ah. Aha. Die Kiste hab ich die ganze Zeit gesucht. Oh. Ich hab sie nicht weg bewegt. Okay. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, alles gut. Ich glaubte, dass... Achso, ich wollte noch Benzin mitnehmen. Safety first. Hast du Benzin aufgebraucht? No. No way. Ah ne, der war unten, gell? Ja. Hier. Da. Na ja, cool. Danke. Bitte. Wird für ne Nacht reichen. Ja. So. Ich bin so aufgeregt. Okay. Wird unsere Fest und dies standhalten. Dies und vieles mehr. Ich glaub's nicht. Huch. Sehen sie, glaub ich, sogar noch in dieser Folge. Nur auf einem Kanal. Achso, und auf dem anderen da auch. Hehehe. 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 Lol. Lies koninkt. Wow. So. Rahmen. Gib mir. Gib mir Rahmen. Okay. Zack, zack, zack. Mein Gott. Hier blickt doch kein Mensch mehr durch bei diesen Kisten. Nee. Ja toll. Wie sehe ich, in welche Richtung es aufgeht. Du kleines Problem, wir nicht so viel Fleisch mehr haben. Ich habe ein anderes Problem, okay? Ich sehe nicht, wie die Luke aufgeht. In welche Richtung? Achso, im Blueprint-Mode. Wie? Meinst du im Baumenü noch? Ja. Ja. Ja, mein Gott. Okay, wir müssen unbedingt ausbauen. Ich nehme schon wieder Blöcke mit. Hä? Achso. Hast du mal unser fancy Turm gesehen, Mann? Nee, ich bin gerade anderweitig beschäftigt. Okay. Sorry. Was denn? Oh, jetzt habe ich einen Schalldämpfer auf meiner AK. Ich will doch kein Mensch. Okay, läuft bei dir. Nee, ich will keinen Schalldämpfer auf meiner AK. Warum nicht? Das macht keinen Sinn. Naja. Naja, es macht schon Sinn. Naja. Naja. Aber erinnert bei Nacht 28. Weil... Weil... Weil es da eh laut und böse zugeht. Achso. Oh. Ja. Stell dir vor. Die Notiz habe ich nicht bekommen. Achso. So. So. Ich komme jetzt mal rüber. Ist ja schick. Oder? Wie komme ich da hoch? Ganz normal. Achso. Ja, hier ist... Hier ist eine Leiter. Ach, da. Okay. Ganz normal. Haha. Ich habe das Treppenproblem gelöst, weißt du? Ah, ja. Das einzig Dumme ist, dass man halt von hier oben jetzt unter dem Äußeren nicht mehr ausbauen kann. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Von unten müsste aber noch gehen. Oh, kann sie von unten. Und guck dir mal die Aussicht an, Mann. Ja, die ist schon nicht ohne. Jetzt ein Sniper. Und los geht's. Ja. Oh, echt jetzt? Hier sind wir. Oh, nett. Danke. Damn. Soll ich? Schnell? Ich komme mal mit. Wo kann ich denn hier jetzt rausgehen, ohne dass ich gebrutzelt werde? Hältst gar nicht an. Achso. Musst du aufpassen, dass du weit genug springst. Ja. Ja, okay, fährt sie mit ihrem Moped. Ich drück mich mal aufs Gas. Ich fahr nur vorwärts. Ich darf wieder abtreten, ja. Dürb di Dürb di Dürb. Dürb di Dürb di Dürb. Dürb di Dürb. Dürb di Dürb. So eine kleine Radtour. Sehr nett, dass er... Ja, sehr nett, dass er das hier gedroppt hat. Ja, wirklich, ja. Hä? Hä? Ja, das fliegt noch. Achso, lol. Dürb. Guck mal hoch. Soll ich oder rüstst du? Ja, okay. Ich nehme mir eins, weil das ist Rezept Kürbissamen. Mhm. Das nehme ich. Und da darfst du dann, das darfst du nehmen. Wow, danke. Mehr war nicht drin. Krass, oder? Jetzt habe ich eine schwere Rüstung. Ja, nett. Naja, geht, ne? Eigentlich kann man die zerlegen. Ja, dann haben wir die Mats dazu. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Guck mal, ob du irgendwo... Bist du ein Bär oder ein Stein? Ne, du bist ein Stein. Wegen Fleisch, ob du irgendwie Tierchen findest. Mhm. Hör ich Zombies? Ne. Ähm, okay, wie weit bist du weg? Hä, wegen? Schon wieder nach Hause gefahren. Ja, wegen? Ich habe hier noch Kohle gefunden. Okay. Ich suche Tierchen. Okay. Das ist in Ordnung. Ich würde ja gerne noch was ausprobieren. Also, wie geht es? Ich denke, das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Ich würde ja auch mal richtig sein. Und dann? Und dann? Ich würde ja gerne noch mal ein Bär. Also, das ist ein Bär. Ich würde ja auch mal sagen, das ist ein Bär. Ich würde ja so schwer, denn das ist ein Bär. Ich würde ja auch mal sagen. Hey, da bist du ja schon. Hast du noch ein bisschen Holz? Ich frage für den Freund. 58 Stück nur noch. Ja, okay, dann gehe ich kurz den Baum verprügeln. Okay, der arme Baum. Oh, hier muss ich aufpassen, ne? Ja. Seit wann sind wir denn so nah an dieser Base, Mann? Seitdem es uns nicht mehr so vorkommt, dass wir so weit weg sind. Heftig. Warte, das hat null Sinn gemacht, gell? Nee, also überhaupt nicht, aber es ist okay, es ist in Ordnung. Ich war gerade so in Gedanken. Ich verurteile dich nicht. Danke. Kein Problem. So, jetzt ist er nämlich rundherum. Dicht. Mhm. Und jetzt wäre es nämlich interessant zu wissen, wo sie jetzt hinrennen. Wenn sie dann mal kommen. Was macht denn unsere Fleisch-Situation? Naja, ich habe nichts... Nichts gefunden. Ich habe keinen Platz in der Tasche. Nee. Ich habe auch nicht wirklich nachgeguckt, muss ich gestehen. Hm. Haben wir noch... Hast du noch Futter? Ja, wir haben noch 30 Fleisch. Ah ja, okay. Warte, gegrilltes oder rohes? Ja. Nee, gegrilltes. Ach doch so viel. Dann hole ich mir noch einen Stack, ja? Ja, bitte. Bedien dich. Die Rüstung würde ich wirklich... Na, wo ist denn Eisen, ne? Eisen haben wir halt... ...schon sehr viel. Man kann nie genug Eisen haben. Das ist wohl wahr. Sei es nur zum Einschmelzen. Na, dann ist sie klein. Hä? Was? Man kann... ...pülsen... ...also, äh, pülsen, sage ich. Patronen... ...Munitionen bis zu 300 Stecken. Okay. Also, ich kann meine nur auf 150 Stecken. Echt? Naja, okay, aber dein ist auch doppelt so groß. Ja. Ja. Guck mal, was da drin ist. Moden? Werkbank. Ach, cool. Dankeschön. Ja, bitteschön. Also, munitionstechnisch sind wir diesmal besser da, ne? Ja, schon. Ich würde mein... ...Elektrozeug mal hier mit reinschmeißen. Schmeißen, nein. Ich nehme nichts draus. Ah, das Eisendarts nehme ich mal mit. Mein Draht auch, Benzin, jo. Okay. Ich würde aber sagen, dass wir das nicht mehr in der Folge machen, oder? Was genau? Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Ja, ist ja noch nicht Abend, oder? Wir haben noch ein bisschen Tag vor uns. Ja. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen Holz fällen. Ja, cool. Ich weiß noch nicht, was ich mache, ehrlich gesagt. Ich überlege, ob ich noch einen Generator baue. Und vielleicht einen Steinpartrat hier vor die Bude noch hinhau. So, äh... Worst case, weißt du? Mhm. Aber... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was, ich mache jetzt deine Baumreihe hier hinten kaputt, ja? Ja, ja, er tobt dich aus. Ja. Ich meine, theoretisch müsste man hier auch die Pfeile noch ausbauen, ne? Deswegen gehe ich jetzt Holz holen. Holz holen. Holz holen? Nein, holen. Ich glaube, die ganzen Zombies wappnen sich auch heute Abend, ey. Ist ja nichts los. Ist ja wie Silvester hier. Ja. Wenn er jetzt wieder in den großen Knallen hat, fehlt wieder das aber aus. Ja. Ja. Haben wir noch Klebeband? Ja. Frag mich nur bitte nicht, wo. Wo? Ich habe letztens irgendwelches hergestellt, weil ich es gebraucht habe für irgendwas. Okay. Ja, das klingt nach dir. Ja. Hm... Keine. Elektrische Teile. Mechanisch elektrisch. Wo ist das bloß? Die habe ich alle aufgebraucht. Ne, das glaube ich ja nicht. Haben wir keine mechanischen Teile mehr? Das glaube ich ja nicht. Ich meine, ja, ich könnte es mir vorstellen, aber... Das klingt nach dir. Ja, nö, 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 nö. Ja, schon so, ja. Sagen wir, es sind nicht mehr viele. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Upsi. Oh, krass. Ah, ne, da sind noch ein paar. Easy. Okay. Wenn ich Klebeband wäre, wo würde ich mich verstecken? In irgendeiner Kiste. Ja. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Versteck hier, ja. Ach, das ist doch... Hm, so. Okay. Also, hier habt ihr das, das, das und das. Nice. Okay. 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 Wollte ich nicht noch was machen? Achso, ein Generator. Oh. Da habe ich leider keine elektrischen Teile mehr für. Müssen wir es wieder suchen gehen, du. Ja. Ist ja egalisch. Ja. Okay. Krass, wie wenig der verbraucht. Der Le-Generator. Ist doch super. Uh. 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 Was ist eigentlich mit diesen Rahmen vorne hier vorne? Rahmen-Formen hier vorne? Mein Gott. Hä, was genau? Ja, soll man die... Ups. Soll man die ausbauen oder nicht so? Wo vorne? Hä? Wo vorne? Achso, das ist mehr so ein Test, ob die da hinlaufen oder nicht. Okay. 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 LOL Ach so, ich trottel. Na, egal. Muss ja noch ein paar machen. Okay. Okay, Zange. Oh, ich habe gar kein Ding ins Meer. Gar kein Leiter. Oh mein Gott. Äh, wie heißen denn die Dinger? Heißen die wirklich Relei? Ah ja. Haben wir noch irgendwo eine Elektro-Kabel-Verschaltung? Boah. Ach so, ja. Das müsste eigentlich so gehen. Ich check das mal. Okay. 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 Wobei, bis hinten wird es wahrscheinlich nicht gehen. Oder? Nee, schade. Okay, das ist Oh, das wäre cool. Äh, 10, 20 Warte 10 20, 30, 40 Oh, das wird knapp Oh, das, haben wir doch irgendwann einen Motor, weißt du das? Ich glaube tatsächlich nicht, ne Oh Ich glaube es tatsächlich auch nicht Ich glaube es auch nicht So, ich wäre auch dafür, dass wir Einen Folgenpass Was denn? Ich weiß nicht Die Kisse war da oben gedamaged Versteh nicht, versteh nicht, versteh nicht Ich weiß nicht Ja, cool Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Und dann ist ja schon Blutmond Und dann gibt's voll die Party hier Yo Cool Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau 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 Tschau